Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz. Der Felix Möse hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zum Thema Star Wars. Der kommt nächste Woche in die Kinos. Ja, da kommt er wieder früh. Ja, habe ich auch gesagt. Aber ich glaube, ich habe schon einen. Meine Frau behauptet ja immer, ich wäre ein Star Wars Nerd. Da kann ich aber nur sagen, Blödsinn das ist. Extrem stark. Aber pass mal auf, Dirk. Ich habe auch noch einen. Star Wars ist ja der ständige Kampf gut gegen Böse. Also quasi wie jetzt am Wochenende, Eintracht gegen Bayern. Wow. Der ist ja richtig gut. Oder wir machen so einen. Mein Sohn Luke findet es ja cool, dass ich ihn nach Star Wars benannt habe. Meine Tochter Chewbacca nicht so. Der geht voll auf die Zwölf. Der ist es. Komm, dann machen wir Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Gewinner des Deutschen Radiopreises. Nur bei Hitradio FFH.